Hallo ihr Lieben, heute machen wir wieder Batik. Ich habe mir einen Leinbeutel ausgesucht und aber eben auch mal ein bisschen was anderes, nämlich ich habe von Marabou diese Sprayfarben gesehen und habe gedacht, das probiere ich aus, weil das wäre eine Möglichkeit. Erstens ist es alles schon angemischt. Es ist, denke ich, ein bisschen schmutzfreier, also dass man sich nicht so schmuddelig mitmacht. Wird sich zeigen, ob es wirklich so ist, weil vielleicht täusche ich mich da jetzt auch. Also ich kann vorwegnehmen, dadurch da ist ja Nachvertone. Nein, man ist nicht weniger schmutzig, aber es ist doch pflegeleichter zu handhaben und das werdet ihr aber auch gleich sehen. Und ich habe dann so ein bisschen überlegt, was kann ich am besten machen mit dem Beutel. Wichtig ist auf jeden Fall, dass dieser Beutel vorher einmal nass gemacht wird. Und ich fand die Anleitung jetzt ein bisschen schwierig von dem Set, aber ich glaube, wer schon mal so zumindest so ein bisschen sich mit Batik auskennt, der wird sich dann auch zu helfen wissen, weil so richtig eindeutig war es halt nicht. Was muss wie wo gemacht werden, wie lange muss es einwirken, was muss man konkret machen. Auch das, dass der Beutel feucht ist, habe ich jetzt für mich nur draus gelesen. Es kann sein, dass das vielleicht komplett an der Schmur ist, aber dadurch, da ich zumindest weiß, dass die Farben dann besser verlaufen, wenn es zumindest schon mal feucht ist, dementsprechend habe ich das so für mich jetzt raus gelesen. Wie gesagt, also sollte Marabu das irgendwann mal hier sehen, was ich nicht weiß, weil ich bin ja doch ein recht kleiner Kanal, dann gerne die Anleitung überarbeiten. Das wäre sehr, sehr hilfreich, aufgrund dessen, weil das sonst manchmal sehr, sehr schwer ist, Dinge rauszulesen. Ich habe ja zwei Sets gehabt. Ich habe mir dann aus jedem Set eine Farbe rausgesucht und fand das für mich jetzt so von den Farben her nicht schlecht. Ich fand auch einen Beutel so zum Austesten gar nicht schlecht. Hatte dann in der Anleitung so eine Art Idee gesehen, nämlich das zu falten. Und so habe ich dann auch den Beutel gefalten. Und dadurch, da ich sowieso ganz gerne falte, fand ich das eigentlich eine ganz nice Idee, um das Ganze so zu machen. Batik finde ich ja generell sehr, sehr schön. Ich mag es auch als Klamotten, als Pullover, als Hoodie, als Tuch, als ja, was auch immer das alles gibt. Ich habe ja auch schon Batik mit so Naturfarben gemacht, die aus so natureigenen Farben letztendlich, also mit Pulvern, die direkt aus der Natur kommen, was ich persönlich sehr, sehr spannend fand. Es war sehr langwierig, weil man das unheimlich lange drin liegen lassen musste und auch warm machen musste, also weil das ja dann in so einem kochenden Topf ist. Aber das war für mich, glaube ich, aktuell so die spannendste Variante. Falls ihr das Video noch nicht kennt, ich hoffe, ich denke daran, dass ich euch das mal verlinke, weil, wie gesagt, ich fand das toll. Ich habe mir damals das Set bei Etsy gekauft, habe also die Farben selber nicht persönlich hergestellt, sondern habe sie halt so geliefert bekommen. Und wie gesagt, ich fand es mega, weil die Farben dann wirklich auch dementsprechend natürlich halt rübergekommen sind und eben nicht so künstlich. Und ja, nachdem ich auf jeden Fall den Beutel so gefaltet habe, ich wusste nicht so richtig, wo gehe ich mit meinen Beutelhänkeln hin. Dadurch war ich da so ein bisschen hilflos, wenn ich ehrlich bin. Und habe da auch ein bisschen gekämpft, dass die halt mit drin sind. Und die Gummis waren übrigens nicht mehr drin, diese Haushaltsgummis, die müsst ihr euch selber holen oder eben mit Strippe kann man es ja auch machen. Also auch da, ich fand jetzt die Gummi-Variante halt für mich so ein bisschen nachhaltiger, weil ich meistens die Strippen halt immer durchschneide. Ich muss aber auch hier vorwegnehmen, ich schneide sie diesmal auch auf, weil das irgendwie diesmal mit dem Beutel, ich habe mich da sehr schwer getan, die wieder abzuknippeln. Also dementsprechend habe ich sie dann aufgeschnitten. Also war diesmal nicht ganz so langlebig das Ganze. Also ich habe sie jetzt dann nicht mehr genutzt, aber wie gesagt, sonst, ich nutze die sehr, sehr gerne, eben weil ich sie immer wieder nutzen kann und habe auch einige wirklich schon mehrmals für Batik genommen. Also ich habe ja nicht bei jedem Batik-Versuch jetzt ein Video dazu gemacht, weil ich glaube, irgendwann könnte es vielleicht langweilig werden. Ich weiß es nicht. Gebt mir auch gerne mal ein Zeichen, weil eigentlich, wenn man so in so die Videostatistiken reinschaut, werden am meisten die Videos mit Epoxy-Tarts geschaut und auch Batik. Ich habe jetzt auch ein Video, wo ich die Steine bemalt habe und auch das wird sehr gerne angeschaut. Da muss ich auch sagen, ich werde es bestimmt auch nochmal machen, weil ich das sehr, sehr schön fand und ich habe es ja direkt mit einem Anlass verknüpft, die Steine zu bemalen, nämlich zum Muttertag letztes, dieses Jahr. Und dadurch, ich fand die Stifte auch nicht schlecht, die waren wirklich gut, die haben sich gut gemacht zum Steine bemalen und auch da dürft ihr gerne reinschauen. Ich lerne unheimlich viele Techniken, auch für unterschiedliche Anlässe zu lieben. Also dadurch, da gibt es so, so viele Möglichkeiten. Und ja, ich habe so ein bisschen hier gestruggelt mit dem Beutel, weil irgendwie habe ich diesmal einen kleineren Beutel, sonst habe ich immer einen größeren Beutel. Und dadurch, da ich ungerne das jetzt so dann immer mehrmals, ich weiß gar nicht, wie ich mich ausdrücken soll, ich mag es halt nicht, wenn ich es halt eben so auf dem Tisch jetzt liegen habe und dann muss ich ja auch dort wieder sauber machen. Den Beutel selber kann ich in dem Sinne wieder benutzen, weil ich dann einfach den Müll reinpacke, ohne dass ich diese Tüte erst sauber machen muss. Also dementsprechend ist das natürlich dann immer sehr, sehr schade, wenn ich dann leider umstrukturieren muss, weil dieser Beutel zu klein war. Leider. Und ich habe das dann aber letztendlich so gelöst. Und ja, was soll's. Ich habe mich dann auch für die Handschuhe, deswegen war ich ganz kurz weg, ich habe mir Handschuhe dann doch noch gegönnt, weil ich es ja natürlich auch umdrehen muss. das Ganze und eben auch mit einer anderen Farbe dann machen muss. Und ja, also wie gesagt, es war jetzt nicht ganz so schmuddelfrei, wie ich es mir vorgestellt habe, aber das war vollkommen in Ordnung. Ich habe mich, wie gesagt, jetzt hier für so ein Blau-Grün entschieden und für ein Gelb. Ich fand mit zwei Farben diesmal zu arbeiten, hat vollkommen ausgereicht, brauchte ich nicht mehr und habe es dann auch ein Stück weit liegen gelassen. Ich habe circa drei Stunden das Ganze hingelegt und fand das ausreichend und habe es dann, ich glaube, ich habe es nicht mitgefilmt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wie gesagt, die Anleitung war nicht so richtig eindeutig. Also ich habe es dann ausgespült, als ich es liegen gelassen habe, habe dann alles so ein bisschen ausgewaschen, so gut wie möglich in der Badewanne. Auch das, da filmt sich das ganz schwer. Deswegen habe ich es nicht mitgefilmt so richtig. Das tut mir immer sehr, sehr leid. Ich muss mir darüber noch mal Gedanken machen, wie ich euch vielleicht im Badezimmer besser mitnehmen kann, wenn ich so eine Sache mache. und was danach kam, wie gesagt, es war nicht eindeutig. Ich wiederhole mich, es tut mir leid. Aber dann habe ich es in den Backofen getan und habe das circa 15 Minuten da drinne bei, glaube ich, bei 180 Grad drinne gehabt. Und damit die Farben dann fixiert werden, habe ich es auf so eine Silikonmatte gelegt und dadurch ging es ganz gut. Und kann aber noch keine Empfehlung jetzt geben, sind die Farben wirklich sehr beständig oder nicht. Sie waren jetzt da. Ich habe sie danach, nach dem Backofen noch einmal gewaschen und davon seht ihr dann auch das Ergebnis. Und dementsprechend macht euch gerne einen Eindruck davon. So, ich habe relativ viel schon vorweggenommen. Deswegen erzähle ich jetzt einfach mal so ein bisschen was zum Kanal. Ich habe ja so einen Bastel-Musikkanal für mich jetzt hier einfach erstellt und angefangen hat es tatsächlich mit einem Musikkanal. Ich habe viel Live-Musik hochgeladen, weil ich gerne abends zur Live-Musik gehe und dort dann das Ganze auch gerne filme. Ich schaffe damit Erinnerungen für mich, für die Musiker zum Teil eben auch, aber eben auch ganz viel für mich, um eben Dinge in Erinnerung zu behalten. Und dementsprechend lade ich dann eben meistens das Konzert einmal komplett hoch, je nachdem, wie ich gefilmt habe. Und dann eben immer die Lieder auch einzeln. Und die lade ich dann eben immer sonntags um 16 Uhr hoch. Und um 12 Uhr kommt das Bastel-Video. Ich lade immer einmal in der Woche das hoch, eben am Sonntag. und habe dort gebastelt mit unterschiedlichen Techniken. Mache ich dort einfach Sachen, die mir Spaß machen, wo ich Geschenke mitbastel und habe so viele Techniken jetzt auch einfach schon ausprobiert, wo ich so, so happy bin, dass das zum Teil wirklich echt gut funktioniert hat. Es gab natürlich auch Sachen, wo ich denke, okay, schade, hätte schöner werden können. Aber was soll's, es sollte dann immer nicht sein. Und genau. Ja, falls ihr meinen Kanal gerne mögt, dann hinterlasst mir gerne ein Abo und aktiviert die Glöckchen auch, damit ihr kein Video verpasst. Und auch gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar. Da freue ich mich tatsächlich sehr drüber. Und ja, hier seht ihr das Ergebnis, was frisch aufgemacht aussieht. Und da habe ich es noch nicht ausgespült, noch nicht im Backofen gehabt und noch nicht gewaschen. Das Ergebnis kommt jetzt gleich, wo ihr nämlich jetzt sehen könnt, die Farben haben natürlich ein bisschen nachgelassen, einfach schon nach dem ersten Ausspülen. Wie gesagt, ich habe es jetzt einmal gewaschen in einer Waschmaschine konkret. Ich habe es mit 30 Grad gewaschen, also ganz vorsichtig, ganz sanft. Und ich finde, manche Stellen sind natürlich intensiver geworden. Da habe ich, glaube ich, einfach mehr Farbe hinterlassen. Ja, meine Hänge, die Beutel, wo man sie anfasst, fand ich jetzt nicht ganz so schön. Den Rest finde ich eigentlich ganz schön geworden, weil es wirklich so individuell auch ist. Und freue mich da auch sehr drüber, dass das wieder was Einzigartiges ist, was man ja so nie immer nachmachen kann, sondern es ist immer was Eigenes. Und ich werde es bestimmt auch nochmal ausprobieren mit den ganzen ich habe noch Textilstifte, wo ich auch nochmal Batik ausprobieren werde. Ich denke, da werde ich nochmal einen Beutel von machen. Diesmal habe ich es einfach nur, um die Farben auszuprobieren, gemacht. Und werde dann bestimmt euch nochmal mitnehmen, wenn ich Textilfarben nochmal mitnehme. Da habe ich mir so eine Stifte nämlich geholt und bin gespannt, wie diese funktionieren am besten und hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, gerne ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen oder auch einen Daumen nach oben. Und ich freue mich sehr drüber, wenn ihr da seid und auch nächste Woche wieder da seid. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag und bis hoffentlich nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.